Es freut uns sehr, dass ihr gekommen seid an diesem Nachmittag, um gemeinsam mit uns das Thema Israel von spezieller Seite zu beleuchten. Herzlich willkommen von weit oder auch von nahe. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam dieses Wochenende miteinander erleben können. Ich dachte, es wäre vielleicht gut, zu Beginn nicht so eine Haltung einzunehmen und sich wohlzufühlen aus einem Sitz, sondern mal kurz aufzustehen, den Nachbarn wahrzunehmen und ihm vielleicht eine Frage stellen. Was bedeutet dir das Thema Israel? Vielleicht wendet ihr euch mal kurz zu. Steht doch kurz auf und kommt miteinander ins Gespräch. Gut, ich denke, das sollte als Einstieg vielleicht reichen. So ein erstes Abtasten kann sich dann fortsetzen in der Kaffeepause, die wir nachher haben werden. Kurze Information, mein Name ist Jan Lambers, ich bin Pastor der Baptistengemeinde hier vor Ort seit elf Jahren nun und heiße euch im Namen der Gemeinde herzlich willkommen. Ihr werdet im Laufe des Nachmittags noch eine weitere Erscheinung hier vorne haben. Die hört auf den Namen Schönfeld, Rüdiger Schönfeld. Wo bist du eigentlich, Rüdiger? Da. Wir beide haben das Wochenende vorbereitet und er hat maßgeblich auch mit dazu beigetragen. Einen Applaus für dich. Ja, bevor wir jetzt in das erste Thema einsteigen, wäre es vielleicht auch ganz gut zu wissen, wer ist denn eigentlich der Redner des heutigen Nachmittags? Und ich begrüße herzlich den Harald Eckert und wir haben vereinbart, dass wir kurz, ja, vielen Dank. Das ist kein Heimspiel für dich, aber... In Urlaub war ich hier schon. Du warst schon in Urlaub hier. Nein, nein, das ist ja doch, bist du ja schon angewärmt. Ja. Ich freue mich besonders, euch den Referenten Harald Eckert vorzustellen und er hat noch einen Timotheus dabei. Das ist der Patrick. Die beiden sind hier gemeinsam unterwegs gewesen. Lieber Harald, dir nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, danke schön. Wir haben den Nachmittag schon mal durchgesprochen miteinander und ich freue mich wirklich auf diese Zeit, die wir gemeinsam haben und bin sehr gespannt über deine Ausführungen. Aber würde gerne natürlich etwas von dir erfahren. Du bist Präsident von Christen an der Seite Israels. Was macht ein Präsident einer solchen Organisation? Na ja, bevor ich Präsident wurde, war ich in einigen anderen Funktionen tätig und habe die Arbeit in den letzten 15 Jahren weiterentwickelt. Ich habe auch sehr großen Wert gelegt darauf, dass die junge Generation herangeführt wird und hineingenommen wird und die letzten zehn Jahre intensiv auch in der Richtung gearbeitet. Ich sage immer, meine zwei besten Zielgruppen waren die Holocaust-Überlebenden und die junge Generation. Und das bringt jetzt Früchte. Und jetzt übernimmt die junge Generation und ich bin noch Freund und Coach und Impulsgeber da an der Stelle. Aber die ganze operative Arbeit wird jetzt von den jungen Leuten gemacht. Was würdest du denn sagen, ist für eine Organisation, die sich dem Thema Israel stellt, eine der größten Herausforderungen? Also ich würde sagen, im deutschen Kontext und auch im kirchengeschichtlichen Kontext die Ersatztheologie in den Kirchen. Das ist die größte Blockade, die größte Last und die steht wie eine Felswand der Offenbarung über Israel im Weg. Kannst du kurz diese Ersatztheologie ganz kurz beschreiben, damit jeder weiß, wovon wir reden? Ja, ich bringe das mal auf den Punkt. Die Ersatztheologie ist schon in der Kirchenväterzeit, also in den ersten Jahrhunderten, entstanden. In die Westkirche hinein hat Augustinus die vor allen Dingen begründet und promotet. Und er hat Ersatztheologie so gefördert. Erstens, es gibt keinen Messias in der messianischen Heilzeit, sondern einen Papst. Zweitens, Jerusalem ist nicht die Hauptstadt des messianischen Königreiches, sondern Rom. Drittens, Israel ist nicht das Volk, dem der Bund gilt und die Verheißung gilt, sondern das Kirchenvolk. Das ist Ersatztheologie kurz zusammengefasst von der Kirchenväterzeit. Und dann hat sich das weiter verehrt. Es gibt eine lutherische Variante, es gibt auch freikäherische Varianten. Aber das mal als ein bisschen provokativer, zugespitzter Statement. So hat es angefangen. Nun, da habe ich irgendwo in einem Prospekt von CSI gelesen, dass die CSI, also Christen an der Seite Israels, an der Seite Israels, aber nicht auf der Seite Israels steht. Was verbindet ihr damit? Ja, also wir verbinden es damit, dass wir uns an die Seite Israels gestellt wissen, aber nicht gegen irgendjemanden. Also wenn wir für Israel sind, sind wir nicht gegen die Araber oder gegen die Moslems automatisch zum Beispiel. Wir wünschen uns, dass die Araber und die Moslems auch sich an die Seite Israels stellen als Brüder. Aber wir sind nicht gegen jemanden, wenn wir für Israel sind, sondern wir sind für Israel, wir sind für Jesus, wir sind auch für die Gemeinde Christi in unserer Zeit. Und wir sind für alle Erretteten, Geschwister und alle Unerretteten, dass sie auch zum Herrn finden mögen. Vielleicht noch eine Frage, welche Schwerpunkte haben sich in der Zeit, seitdem es CSI gibt, ich glaube 34 Jahre sind es etwa, welche Schwerpunkte haben sich so als die wesentlichen herausgestellt? Also wir haben angefangen mit zwei Schwerpunkten. Der eine Schwerpunkt war, tröstet, tröstet mein Volk, Trostdienst an Israel, humanitäre Dienste, Unterstützung bei der Alia und in Zusammenarbeit mit israelischen Partnern und das war der Grundstein. An zweiter Stelle ist dann auch die Arbeit in die Alia hinein, also in die Rückführung der Juden nach Israel gegangen. Das ist jetzt hochaktuell in der Ukraine-Situation, da sind mehr als 20 Mitarbeiter und viele Ehrenamtliche in der Ukraine aktiv, um Juden über die Grenze zu bringen, damit sie Alia machen können. Und das Dritte, was hinzugewachsen ist, ist die Arbeit auch im politisch-gesellschaftlichen Raum. Und das ist der Teil, für den ich mich persönlich sehr eingesetzt habe. Und aus den zwei Schwerpunkten, Liebesdienst nach Israel, Lehrdienst in die Gemeinde, ist das Engagement an der gesellschaftlichen Ebene noch mit hinzugekommen. Nun spielt ja das Thema Israel nicht in allen christlichen Gemeinden eine so ganz bedeutende Rolle. Stell dir mal vor, also da sitzen jetzt hier etwa 60 Leute, da sitzen 5000 Leiter von Gemeinden. Was würdest du als Präsident von CSI Ihnen mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Israel in der Gemeinde geht? Sucht den Herrn. Sucht den Herrn. Gebt euch nicht mit oberflächlichen, vordergründigen Antworten zufrieden. Weder vordergründige Antworten, die über die Kirchengeschichte gewachsen sind, noch vordergründige Antworten, die aus den Medien kommen. Sucht den Herrn. Es lohnt sich, den Herrn zu suchen, um Israels Willen. Jetzt haben wir eine ganze Menge über die CSI erfahren. Jetzt wollen wir noch ganz kurz einen persönlichen Blick wagen in dein Leben. Ich werfe dir sozusagen ein kleines Wortknochen zu und du antwortest. Himbeereis mit, nein, Spaghetti-Eis mit Himbeersauce. Mögen alle Kinder. Ich habe vier davon. Du kommst von München, Bayern München. Mag ich sehr. Sportliche Interessen? Ja, also mit den Jungs vor allen Dingen. Ich habe vier Jungs und mit denen macht man viel Sport. Gewollt und ungewollt, aber von meiner Seite aus sehr gewollt. Und wir mögen Volleyball sehr gerne, wir mögen Badminton sehr gerne. Natürlich auch eine Fußballphase gab es auch bei jedem. Und so die Richtung. Welches gelesene Buch hat dich im letzten halben Jahr besonders fasziniert? Ich muss sagen, ich lese gerade ein Buch, das mich sehr fasziniert. Und zwar von einem jüdischen Rabbiner geschrieben mit anderen. Er ist Herausgeber mit anderen zusammen über das Verhältnis von Juden und Christen in den letzten 20 Jahren. In Deutschland? Nein, also weltweit. Aber es sind deutsche Rabbiner, da gibt es auch deutsche spezielle Passagen. Und es ist faszinierend. Es ist ein Wunder. Mein letzter Urlaub? War in Spanien. Meine Kochkünste sind? Überschaubar. Welche Ausbildung hast du wo genossen? Ich habe Anfang der 80er Jahre Betriebswirtschaft studiert an der Fachhochschule München und habe dann Ende 90er Jahre noch ein nebenberufliches Studium gemacht bei Stuttgart-Ditzingen, Akademie für Leidenschaft, Theologie und Philosophie. Also Bachelor in Betriebswirtschaft, Master in Theologie und Philosophie. Letztes Stichwort. Annalena Baerbock. Macht einen guten Job. Vielen Dank. Jetzt wisst ihr etwas über ihn. Bevor du einsteigst in dein Thema, würde ich gerne mit uns allen beten. Wir stehen dazu auf. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Volk in dieser Welt eine so wesentliche Aufgabe und Herausforderung hat. Und Herr, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein wenig mehr davon zu erfahren, was die Zusammenhänge bedeuten, was sich in der politischen Welt abspielt und was dein Wort sagt. Und wir beten darum, dass du uns segnest miteinander, dass du, Herr, hier in unserer Gemeinschaft anwesend bist, so wie du es verheißen hast. Und ich bete für Harald, dass du ihn segnest mit Weisheit und mit Kraft an diesem Nachmittag. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank. Dir gehört das Feld. Ja, vielen Dank. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass doch einige gekommen sind, trotz der Verlockungen des Wetters und der Region. Ich habe, wie gesagt, ein paar Mal hier Urlaub gemacht in der Gegend. Von daher kenne ich weit beides. Schönes Wetter hier und eine tolle Region mit vielen Angeboten. Komme also sehr gerne wieder zurück, gewissermaßen. Aber diesmal im Dienst, nicht privat. Und ich möchte sagen, ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung. Aus mehreren Gründen. Nicht nur, weil es ein schöner Urlaubsort ist, sondern weil es ein hochspannendes Thema ist, das mir gestellt worden ist. Das habe ich nicht so oft erlebt, dass, sagen wir mal, eine etablierte Ortsgemeinde mich einlädt, um über die Grenzen Israels, über den völkerrechtlichen Status Israels und sowas zu sprechen. Das ist eine Ausnahme für mich. Eine besondere Ausnahme. Und dadurch, dass es Themen sind, die mir besonders am Herzen liegen, aber wo ich jetzt nicht so viel Resonanz erlebe, ist es eine Ehre für mich, eine Freude für mich, zu diesen Themen hier heute eingeladen zu sein. Und auch morgen. Also vielen, vielen Dank an die Leitung hier. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Und dass ihr euch hier die Zeit und die Energie genommen habt, hierher zu kommen, zu diesen Themen. Was für mich natürlich heißt, da setze ich ein gewisses Interesse voraus an diesen Themen. Ich habe es nicht jetzt ganz genau gesehen, aber wenn ich es richtig aus dem Augenblick gesehen habe, war die Mehrheit hier schon in Israel. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Das ist auch ein gutes Zeichen. Das ist ein Ausdruck von Verbundenheit. Nun, der erste Vortrag lautet, hat das Thema Israel um die biblischen Landverheißungen. Und es ist, wie ich schon sagte, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich habe eine ganz bestimmte Art und Weise, mich diesem Thema zu nähern. Und diese bestimmte Art und Weise möchte ich kurz vorstellen. Und zwar, ich würde mich mal theologisch bezeichnen als ein leidenschaftlicher Vertreter der Heilsgeschichte. Jetzt weiß ich, dass nicht jeder das Gleiche unter Heilsgeschichte versteht. Da gibt es unterschiedliche Assoziationen. Aber vereinfacht gesagt ist Heilsgeschichte Gottes Erlösungsplan mit der Menschheit von Anfang bis zum Schluss. Und der Erlösungsplan Gottes begann im engen Sinn mit der Berufung Abrahams und dann folgend mit der Berufung des jüdischen Volkes der Kinder Israel. Und die Heilsgeschichte endet im neuen Jerusalem. Endet der Offenbarung. Das Buch ist Offenbarung. Und was mit der Schöpfung begonnen hat und was dann im heilsgeschichtlichen Sinn mit Abraham begonnen hat, endet im neuen Jerusalem, biblisch gesprochen. Und zwischen dem Anfang und dem Ende gibt es eine Linie. Und diese Linie nennt man Heilsgeschichte. Die hat eine Begründung in Abraham, seinen Söhnen und seinem Volk. Sie hat ein Zentrum in Jesus, dem Juden Jesus, dem Erlöser Jesus, dem Messias Jesus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann hat er sein Ziel und das ist das neue Jerusalem. Und allein diese paar Stichworte zeigen etwas auf. In recht einfacher Sprache, so hoffe ich, was über Jahrhunderte hinweg in der Kirchengeschichte nicht ernst genommen worden ist, möchte ich mal sagen. Nicht tiefer verstanden worden ist. Sondern in der Kirchengeschichte, nochmal auf eine spezielle Weise, seit der Reformation, ist eine große Klufter zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und allein der Name beinhaltet schon eine intuitive Wertung. Das eine Testament, der eine Bund ist alt, meistens verstanden als veraltet, also nicht nur zeitlich alt, sondern auch von der Wertigkeit her veraltet. Und der Neue Bund ist der Eigentliche, das Neue Testament ist das Eigentliche. Und die Neu-Testamentliche Gemeinde ist die Eigentliche. Das ist ein weit verbreitetes Verständnis, über Jahrhunderte geprägt. Da gibt es eine katholische Variante, eine lutherische Variante. Und ich hoffe, ich erschrecke Ihnen niemanden, es gibt auch eine pietistische Variante. Das heißt, das ist das, was über Generationen hinweg, über Jahrhunderte hinweg geprägt ist, eine Kluft zwischen dem vermeintlich Alten und dem Neuen. Und da gibt es Gründe dafür, und auf die werde ich jetzt nicht näher eingehen, aber es gibt sehr viel mehr Gründe dafür, die Bibel als eine Einheit zu sehen, die biblische Geschichte als eine Einheit zu sehen, die Erlösungsgeschichte in Menschen einer zerbrochenen Menschheitsgeschichte als eine Einheit zu sehen. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von vielem, wenn man sieht, Gott ist einer, Jesus ist Alpha und Omega, er war am Anfang dabei, er ist am Schluss dabei und er ist überall zwischendrin auch dabei. Das Wort Gottes ist maßgeblich von Juden geschrieben, sowohl das, was ganz am Anfang steht, als auch das, was ganz am Ende steht. Johannes war ein Jude. Und diese Einheit der Eilsgeschichte und auch die Schlüssigkeit und die Verwobenheit der Eilsgeschichte von Anfang bis zum Ende, das ist das große Ausrufezeichen, das ich über den heutigen Nachmittag setzen möchte, weil vieles andere kann man ohne die Anbindung und die Zuordnung zu dieser großen Geschichte Gottes mit der Menschheit entweder missverstehen oder gar nicht verstehen. Wenn man es nur partikular sieht, wenn man es nur in Ausschnitten sieht, dann ist es sehr widersprüchlich oder ambivalent oder wie auch immer umstritten, problematisch. Aber in vielen Fällen, wenn nicht in fast allen Fällen, in dem Moment, wo man dieses Detail und jenes Detail im Kontext der großen Geschichte Gottes, der Erlösungsgeschichte Gottes mit der Menschheit versteht, bekommt es den Rahmen, bekommt es die Zuordnung, die auch die verschiedenen Einzelheiten nachvollziehbar machen, inklusive der Landverheißungen. Und so, ich bleibe noch einen Moment bei der Heilsgeschichte. Ich möchte kurz ein paar Sachen dazu sagen. Meine Einleitung ist das Thema Heilsgeschichte. Und ich nehme mal einen Vers aus einem schönen Psalm heraus. Viele kennen auch den Psalm mit anderen Stichworten. Aber der Vers, den ich vorlesen möchte, ist Psalm 86, Vers 9. Und da heißt es, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Für mich ist es ein sehr faszinierender Vers, weil es gibt nicht so viele Verse, wo man darin lesen kann, dass Gott die Völker geschaffen hat. Und hier steht, Gott hat die Völker geschaffen und seine Vision für die Völker ist, dass der mal einst, mit Blick auf die ewige Zukunft, die Völker ihn anbeten. Und wenn wir jetzt in die letzten Kapitel des Buches Offenbarung schauen, vor allen Dingen ab Kapitel 20 und dann vor allen Dingen 21 und 22, wenn es ums ewige Jerusalem geht, ums neue Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde, die aber auf die Erde kommen, um hier Gestalt zu gewinnen, eine Zivilisation Wahrheit werden zu lassen, die in Frieden miteinander lebt, in der Gegenwart Gottes miteinander lebt, dann sehen wir genau das. Dann sehen wir, wie Könige einziehen ins neue Jerusalem, um den Herrn anzubeten und um ihm die Ehre zu geben. Und das, was hier steht im Psalm 86, erfüllt sich in Offenbarung 21, 22. Ja, die Völker, Israel, also ein ganz besonderes Volk. Aber Israel ist geschaffen im Gegenüber zu den anderen Völkern. Und auch da gibt es einen Kontext, den ich kurz anreißen möchte. Die Berufungsgeschichte Abrahams ist zusammengefasst in Kapitel 12, 1 bis 3, wo es heißt, der Herr aber hat zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist der Grund, warum Gott Abraham berufen hat. Damit er und seine Nachkommen ein Segen sind für alle Geschlechter auf Erden. Nun, Geschlechter, dahinter steckt ein Wort, mich porat. Das kann sehr vielfältige Bedeutung haben. Ich persönlich setze als Übersetzung gerne die Wortreihe aus dem Buch der Offenbarung ein, weil da am meisten abgedeckt ist. Da ist die Rede von Völker, Nationen, Stämmen und Sprachen. Und alle vier deutsche Worte dieser Art sind ein Aspekt, ein Kristallisationspunkt in dem Wort mich porat aus dem Hebräischen. Kann eine Großfamilie bekommen, das geht in Richtung Stamm. Kann Volk bedeuten, das ist das, was hier in erster Linie gemeint ist, wenn von Abraham die Rede ist. Kann aber auch in einer Veränderung in die eine oder andere Richtung Nation bedeuten. Oder Sprachgruppe. Auf jeden Fall zu diesen kollektiven Größen hin ist Abraham berufen, sind seine Nachkommen berufen, ist Israel berufen. Israel im Gegenüber zu den Völkern, die Völker im Gegenüber zu Israel. Das liegt in der DNA der Berufung Israels. Und was ist der Hintergrund? Kurz eine kleine Skizze dessen, was ist vorausgelaufen bei 1. Mose 12, bei der Berufung. Da gab es eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte beginnt nach der Sintflut. Ja, ist allgemein bekannt, die Sintflut. Die Rettung von Noahs Familie, von den Tieren, die hinzugeführt worden sind. Man stießt auf Land, dann irgendwann konnte man raus. Und dann hat Gott dem Noah den Befehl gegeben, einen Altar zu bauen. Noah war gehorsam, war schon vorher gehorsam mit der Asche, war wieder gehorsam mit dem Altar. Und nachdem der Altar gebaut worden ist und Noah den Herrn angebetet hat, hat Gott einen Bund geschlossen. Einen Segensbund mit der Menschheit, mit der Schöpfung als Ganzes. Der noachitische Bund. Und diesen noachitischen Bund sollte man mal ein bisschen verstehen und im Hintergrund haben, wie auf dem Bund Gottes mit Abraham, Isaac und Jakob zu sprechen kommen. Weil da ist ein innerer Zusammenhang da. Gott liebt die Völker. Gott liebt die Nationen. Er hat einen innersten Wunsch, die Nationen zu segnen. Und letztendlich die Nationen dahin zu führen als Nationen, dass sie ihn anbeten, dass sie ihn ehren. Was dann in die letztendliche Erfüllung kommt, wie uns Johannes sagt im Schluss des Buches Offenbarung und in der Ära, die dann da angesprochen ist. Das ist ein großer Wunsch. Und das war es von Anfang an. Gott liebte von Anfang an jeden einzelnen Menschen. Und wie wir lesen können in 1. Timotheus, er möchte, dass jeder einzelne Mensch errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber auf einer anderen Ebene, auf einer kollektiven Ebene, liebt er alle Nationen. Der Herr liebt alle Völkern, Nationen, genau wie da jeder einzelne Mensch eine Widerspiegelung Gottes ist vom Charakter, Persönlichkeit, abgesehen von Sünde. Genau so ist es mit den Nationen. Ein kollektiver Reflex der Schönheit und des Charakters und der Persönlichkeit Gottes, abgesehen von Sünde. Sünde ist das Problem im Persönlichen und im Kollektiven. Nun gut, aber so ist der Wille Gottes. Er hat Noah beauftragt, den Altar zu bauen. Er hat einen Segen ausgesprochen über die Natur, über die Menschen und Sonne und Dunkelheit und Sommer und Winter und Saat und Ernte. All das soll unter Gottes Segen erhalten bleiben und furchtbar werden. Und das Zeichen des Noah-Bundes ist der Regenbogen. Und Gott hat einen Bund mit der Schöpfung geschlossen. Er hat einen Bund mit den Menschen geschlossen. Und in diesen Bund hineingeboren ist die Völkerwelt. Der Noah-Bund ist 1. Mose 8, 1. Mose 9. Dann kommt 1. Mose 10 und aus den drei Söhnen Noas und dessen Frauen sind, und das können wir in Kapitel 10 nachlesen, 70 Völker hervorgegangen. 70 Namen von 70 Völkern werden in der manchmal so bezeichneten Völkertafel 1. Mose 10 benannt. Die sind aufgeteilt in die Völker, die von Sem hervorgegangen sind, die Völker, die aus Japheth hervorgegangen sind, die Völker, die aus Ham hervorgegangen sind. 70 Völker insgesamt sind geboren unter dem Zeichen des Regensbogens, unter dem Zeichen der Liebe Gottes, der Fürsorge Gottes, der Segensbereitschaft Gottes über alle Völker. Was ist dann passiert? Nach 1. Mose 10 kommt 1. Mose 11 und 1. Mose 11 können wir lesen vom Turmbau zu Babel. Die Völker sind stolz geworden. Sie haben rebelliert gegen Gott. Sie haben gesagt, deinen Segen brauchen wir nicht. Das schaffen wir selbst. Wir sind alle eins. Ja, kennt ihr. Könnt ihr nachlesen. Wir sind alle eins. Es besteht ja auch Gott. Denen ist nicht so möglich. Die sind alle eins. Sprechen eine Sprache, haben eine Vision und können machen, was sie wollen. Aber aus einem Geist Babels heraus, einem Geist der Rebellion heraus, einem Geist der Abscheu gegen Gott und gegen seinen Charakter und seine Wege. Und sie haben gegen Gott, gegen seinen Charakter, gegen seine Wege rebelliert. Der Turmbau von Babel steht markant dafür. Und Gott musste reagieren. Und Gott hat reagiert. In dreifacher Weise. Die erste Reaktion Gottes war, er verwirrte ihre Sprache. Gericht. Die zweite Reaktion Gottes war, und er zerstreute sie über den ganzen Erdkreis. Gericht. Und die dritte Reaktion Gottes war, er berief Abraham. Er berief Abraham. Er hat Abraham gerufen, weil er die Völker immer noch segnen wollte. Weil er die Völker immer noch liebt. Weil er immer noch seinen Wohlwollen über die Völker ausgießen möchte. Und deswegen ist Abraham berufen. Deswegen ist Israel berufen. Er möchte die Völker segnen. Aber es gibt eine Bedingung. Die Völker müssen heraus aus dem Geist des Stolzes. Sie müssen heraustreten aus dem Geist der Rebellion. Sie müssen heraustreten aus dem Geist der Gottesfeindschaft. Und wie treten sie aus diesem Geist, aus diesem babylonischen, zerstörerischen Geist heraus? Indem sie Israel segnen. Indem sie das jüdische Volk segnen. Indem sie Gottes erwähntes Volk segnen. Das ist das Gegengift. Das ist das Rezept gegen Stolz und Rebellion der Völkerwelt im babylonischen Geist. Das ist sehr grundlegend, sehr fundamental. Und das ist der Ursprung. In diesen Konflikt hinein, sage ich mal, zwischen dem Geist Babels auf der einen Seite und dem Geist Sions auf der anderen Seite, in diesen Konflikt hinein ist Israel gestellt. Und das prägt seine ganze Geschichte von Anfang bis Ende, von Ägypten bis zum Antichristlichen Reich und alles, was dazwischen drin ist. Und in diesen Konflikt hinein hat Israel seine Berufung bekommen. Und ich lese jetzt nochmal vor. Und es muss dieser Konflikt im Hintergrund bewusst sein. Und vor allen Dingen muss uns bewusst sein, die Liebe Gottes zu den Völkern und der Segenswelle Gottes über alle Völker. Der Herr hat zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verflugen, die dich verflugen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist die DNA, die innerste Berufung Israels, ein Segen für die Völker zu sein. Und dazu sagt Gott, sollen sie erstmal ein großes Volk werden. Er führt Abraham in ein ganz bestimmtes Land. Und das ist der Dreiklang, der über Israels Schicksal, über Israels Berufung steht. Land, Volk, Berufung. Eine Aufgabe, eine Mission. Segen für alle Völker zu sein. Das ist der große Kontext. Und das wiederholt sich dann mit der Berufung. Ich deute es nur kurz an. Wir sehen dann in 1. Mose 26, wie Israels berufen wird. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Und dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich auf deinem Vater Abraham geschworen habe. Das ist eine Wiederholung der Berufung. Darin eingeschlossen ist die Landverheißung. Wir nähern uns langsam dem eigentlichen Thema. Darin eingeschlossen ist die Landverheißung. Und die hat Gott auch zu Isak ausgesprochen, wie zu Abraham. Und dann zwei Kapitel später in 1. Mose 28 auch nochmal zu Jakob hin. Und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abraham, dir und deinem Namen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremden lebst. Das Gott dem Abraham gegeben hat. Da haben wir die Landverheißung. Aber die Landverheißung ist integriert in die Grundberufung Israels. Und die Grundberufung Israels ist ausgesprochen worden in den Konflikt hinein, der in der Nachfolge oder im Nachwirken von dem Turmbau zu Babel über den Erdkreis gekommen ist. Das Ziel von allem ist Segen. Das Ziel von allem dem ist Frieden. Das Ziel von allem dem sind Menschen, Familien, Stämme, Völker, Nationen, die im Frieden und im gegenseitigen Wohlwollen miteinander leben. Eine Weltzivilisation in der Gegenwart Gottes. Und das wird auch beschrieben, wenn das neue Jerusalem beschrieben wird, in Offenbarung 21, 22. Das ist das Bild, was uns hier skizziert wird. Ich wünschte, da würde noch viel mehr stehen. Ich bin neugierter Mensch, hätte noch sehr viel mehr Informationen darüber, aber zumindest die Grunddaten sind klar und der Grundtrend ist klar. Ich schließe jetzt doch noch mal ein paar Verse vor aus Offenbarung 21, damit ich diese Behauptung erhärten kann. Und mein Anliegen ist eben, dass wir das Thema Israel und auch das Thema Landverheißung unter diesem großen heilsgeschichtlichen Bogen kennenlernen und verstehen lernen. Lesen wir aus Offenbarung 21, die Verse 22 bis 26. Also ihr habt umgeschaltet, das ist das Ende der Geschichte. Das ist im neuen Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herrgott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Das Lamm kennt ihr. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, das sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, aufmerken, es werden nicht alle Heidenvölker gerettet, aber die, die gerettet werden, das ist nochmal ein anderes großes Thema, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und sie ist das neue Jerusalem. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, in das neue Jerusalem. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also ihr könnt gerne weiterlesen am Ende von Offenbarung. Da sind sehr viele Hinweise drin und Andeutungen drin, die man vielleicht nicht auf Anhieb gleich entschlüsseln kann, aber es lohnt sich da hineinzusuchen und hinein sich führen zu lassen in das Wort Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und jetzt nochmal ein letztes Stichwort zum Thema Heilsgeschichte in diesem konflikthaften Rahmen. Und zwar der Hinweis, der kann jetzt nur kurz sein, das ist sonst eher mein Hauptthema, aber das berühre ich jetzt nur am Rande, der Hinweis auf Jerusalem. Auch die zentrale Bedeutung Jerusalems, man könnte in die Geschichte gehen, die dreitausendjährige Geschichte Jerusalems, vor allem die ersten tausend Jahre auch voller Konflikt, die Vorgeschichte Jerusalems hat mit dem Berg Moria zu tun, das ist heute der Tempelberg, der war zu Abrahams Zeiten, zu Melchisedeks Zeiten genanntes Gebirge Moria oder der Berg Moria. Aber nochmal tausend Jahre mehr zurück in Jerusalems Urgeschichte vor der Stadtgründung durch König David. Und Jerusalem war diese ersten tausend Jahre in St. Apfel, war dann zweitausend Jahre mehr oder weniger bedeutungslos, ein bisschen mit der Ausnahme der Kreuzritter. Die hatten aber nicht Gottes Bedeutung vor Augen, sondern ihre eigene Bedeutung für Jerusalem vor Augen. Aber abgesehen davon eine recht unbedeutende Stadt, bis vor 150 Jahren etwa. Und dann bekam nach und nach mit der Rückkehr der Juden, bekam auch Jerusalem wieder in seine alte und eigentliche Bedeutung hineinzuwachsen. Und wie gesagt, wenn wir an das neue Jerusalem denken, dann bekommt Jerusalem auch mal die letztendliche Größe und Herrlichkeit und Ehre in der vor uns liegenden Zeit. Aber in der Zeit, in der wir jetzt leben, und das ist auch ein Hinweis, den kann ich nur am Rande nennen, den kann ich jetzt nicht tiefer erläutern oder begründen, in der Zeit, in der wir jetzt leben, der Zeit, in der sich die Wiederkunft Jesu immer mehr naht, so behaupte ich jetzt mal. Und das deutlichste Zeichen dafür, dass wir in dieser Generation leben, ist Israel und ist Jerusalem, dass der Herr seine Wiederkunft vorbereitet, bekommt Jerusalem noch eine tiefere Bedeutung. Weltweit, global gesehen, wenn ich richtig informiert bin, gibt es in keiner anderen Stadt der Welt so viele ausländische Journalisten wie in Jerusalem. Nun gut, die Bedeutung nimmt zu, das war vor 150 Jahren komplett anders, aber Teil der heilsgeschichtlichen Bedeutung Jerusalems in der Endzeit, in der wir leben, ist, dass Jerusalem nicht nur ein Zankapfel bleibt, sondern immer mehr zu einem Zankapfel wird. Und es sagt uns die Bibel voraus, dass das vor der Wiederkunft Jesu und vor dem Anbruch des messianischen Königreiches sich nicht ändern wird. Im Gegenteil, der Zankapfel wird noch immer heftiger umkämpft sein. Denn siehe, ich lese es aus dem Prophet Joel vor, da können viele Propheten davon erzählen, aber ich greife Joel heraus. Denn siehe, in jenen Tagen, zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und wegen meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Verland verteilt haben und weil sie über mein Volk das Los geworfen haben. Also hier geht es um ein endzeitliches Gericht der Völker, und zwar jener Völker, die gegen Israel, die gegen Jerusalem militärisch und feindselig und aggressiv aufmarschieren. Das ist spannend, das hier so deutlich zu lesen. Das ist auch nicht im allgemeinen Bewusstsein, aber es steht hier. Dann werden drei Gründe für Gericht genannt. Völker, die gerichtet werden. Erstens, weil sie das jüdische Volk vertrieben haben, zerstreut haben. Natürlich zuerst aus Jerusalem und Israel selbst, in den römischen Aufständen haben die Römer diesen Job gemacht. Aber dann über die Jahrhunderte hinweg, auch in unserer Gegend, in Europa vor allen Dingen, ein bisschen weniger in der islamischen Welt, vor allen Dingen in Europa, gab es sehr viele Judenvertreibungen. Im kleineren Stil, im größeren Stil, in der katholischen Form und in der evangelischen Form. Gab es Vertreibungen, gab es Pogrome, auch in der orthodoxen Form, in der russischsprachigen Welt. Und das ist ein Kriterium für Gericht, wie uns der Prophetiol das hier in Kapitel 4 sagt. Also die Zerstreuung des südischen Volkes. Das zweite Kriterium, was hier genannt ist, ist die Zerteilung des Landes. Hier wird die Aufteilung, die Aufsplitterung des Landes als ein Gerichtskriterium für Nationen genannt. Das ist auch sehr spannend. Und weil sie mein Land verteilt haben oder aufgeteilt haben. Das ist ein biblischer Kommentar zur Schweiz-Zwei-Staaten-Lösung. Und die ist hochaktuell und hochumstritten. Aber da kommen Völker unter Gericht auf die eine oder andere Weise, wenn sie in dieser oder in jener Form in Konfrontation mit Gottes Berufung für Israel und für Jerusalem gehen. Und das ist ein ernstes Thema. Und deswegen ist es auch ernst, wenn man ganz am Schluss in Offenbarung leset. Und die Völker, die gerettet worden sind und Zugang haben zu einem neuen Jerusalem, das impliziert, dass es auch Völker gibt, die nicht gerettet worden sind, keinen Zugang zum neuen Jerusalem bekommen haben. Ich weiß, das sind alles große Überschriften. Aber ich will diesen großen Rahmen kurz skizzieren, weil wenn wir den nicht verstehen oder zumindest ansatzweise mal ahnen, um was es da geht, dann macht die Diskussion um die Grenzen Israels und die Landverheißung nicht allzu viel Sinn vermisst, sondern birgt nur Konfliktstoff und Raum für Missverständnisse. Deswegen diese Einleitung. Also das ist hier die Andeutung aus Joel 4, dass Völker gegen Jerusalem aufmarschieren und dass sie gerichtet werden oder unter Gericht kommen. Und dann mache ich nur kurz noch ab Vers 14 von Joel 4, Scharen und Umscharen treffen ein im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Da geht es genau, wo eine Entscheidungssituation für die Völker da ist, ob sie gegen Jerusalem aufmarschieren oder nicht. Ich habe ein Buch geschrieben zu diesem Thema, habe mich sehr intensiv damit befasst. Ich glaube, ein paar Ausgaben liegen draußen aus, wenn mich das interessiert. Das ist eine Sache, in die werden wir mehr und mehr hineingezogen, wie eben die Weltgeschichte, vor allem die endzeitlich geprägte, zunehmend endzeitlich geprägte Weltgeschichte voranschreitet. Und das ist auch eine Anfrage an Deutschland, wo wir sich Deutschland hinbewegen. In Aggression gegen Jerusalem und gegen Israel oder Deutschland an der Seite Israels. Also an der Seite Israels. Und das sind Entscheidungen, die laufen. Das sind Entscheidungen, die laufen durch die ganze Geschichte der Bundesrepublik hindurch, laufen aktuell und werden auch weiterlaufen, bis der Herr wiederkommt. Und irgendwann wird sich Deutschland entscheiden müssen. Gehen wir aggressiv mit anderen Nationen zusammen gegen Jerusalem vor, versuchen den Weltfrieden mit Krieg zu bringen oder sind wir an der Seite Israels solidarisch mit Mitgefühl, mit Verständnis, mit Freundschaft. Und das ist ein Gebetsanliegen für Deutschland in allererster Linie. Und da, wo wir auch berufen sind, Salz und Licht zu sein, auch im deutsch-israelischen Beziehungsgeflecht als Christen. Und einige Christen haben eine spezielle Berufung genau dafür. Dafür ermutige ich euch, dieser Berufung nachzugehen und eine Einflussgröße zu werden in der Beziehung Deutschland-Israel dahingehend, dass die Freundschaft Deutschlands mit Israel gestärkt wird und die Kräfte, die antisemitischen Kräfte, die dagegen aufstehen, zurückgedrängt werden mit Gottes Hilfe. Gut, ich weiß, es war eine lange Einleitung, aber mir ist sie sehr wichtig, weil die biblische Landverheißung macht nur in dem Kontext Sinn für mein Dafürhalten. Nun, Landverheißung. Wir haben ja jetzt 1. Mose 12, 1. Mose 26, 1. Mose 28 schon gelesen. Das Land ist ein ganz zentraler Bestandteil der Berufung Israels, des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat. Warum? Kann man auf alle möglichen Weise versuchen zu erklären, aber ich versuche es aus der heilsgeschichtlichen Notwendigkeit heraus zu erklären und aus den Rahmenbedingungen, auch aus der Konfliktsituation, die nach dem Noah-Bund zum Turmbau Babels und zur Berufung Abrahams geführt hat. Gott liebt die Nationen. Gott möchte die Nationen segnen, aber er muss zu ihnen durchdringen. Er muss sie irgendwie erreichen, die Völker dieser Welt. Und Gotts Mittel der Wahl, zu den Völkern zu sprechen und in die Völker hinein seinen Liebesbereitschaft, seinen Segenswillen kundzutun, ist eben Israel. Und Israel, und das ist für uns Christen schwer zu verstehen, das ist eine völlig andere Kultur, eine völlig andere Mentalität, aber Israel ist viel mehr als eine Religionsgemeinschaft. Israel ist ein Volk. Und zum Volk gehört, ja, auch der Tempel, auch die Synagogen, auch die Tora, aber zu einem Volk gehört eben auch ein Land. Es gibt auf Dauer kein Volk ohne Land und auch umgekehrt wenig Land ohne Volk. Das ist Teil der Grundordnung unserer Gesellschaft. Und Gott hat durch Israel im Laufe der Zeit schon sehr viele Segenswirkungen hinein in die Völkerwelt gegeben. Erstes Beispiel. Aus dem Schöpfungsbericht der Bibel ist die Siebtagewoche heraus entstanden. Zuerst in Israel, aber dann über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg hat sich das jetzt über die ganze Welt verbreitet, die Siebtagewoche. Es gab immer mal Experimente in verschiedenen Diktaturen, das zu verändern und vermeintlich die Effizienz zu steigern, die Arbeitseffizienz. Aber es hat nicht geklappt. Und es ist dann immer durch Volksgesundheit und ähnliche Dinge dahin korrigiert worden, auch durch die große Mehrheit der Nationen, die Siebtagewoche akzeptiert haben. Die kamen vom Schöpfungsbericht, die kamen von den Juden, die kamen von Israel. Die Zehn Gebote sind auch weithin akzeptiert als universelle Gebote. Nicht nur im jüdischen oder christlichen Raum werden die Zehn Gebote als Universalgebote mehr oder weniger ernst genommen, mehr oder weniger wahrgenommen. Unterschiedlich gefüllt, unterschiedlich interpretiert. Aber im Blick auf die Weltzivilisation kann man sagen, die Zehn Gebote haben eine enorme Wirkung erzielt über die letzten jedenfalls 2000 Jahre oder 1500 Jahre. Enorme Wirkung erzielt. Ja, dann das Wort Gottes, das ganze Wort Gottes. Altes Testament, Neues Testament, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, ist von Juden geschrieben worden. Also eine Quelle von Segen kommt aus Israel. Aber nicht nur das. Auch wenn wir heute schauen, schauen wir mal die letzten 100 Jahre, wie viele Nobelpreisträger gab es. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl steht mit Abstand an der Spitze jüdische Nobelpreisträger. Wenn wir heute schauen, was produziert das Land Israel zum Segen für die Nationen? Es gibt kaum eine Branche, einen Bereich des alltäglichen Lebens, in den Israel nicht Spitzenleistungen verbindet. Ob es die Landwirtschaft ist, ob das Jura ist, ob das Wirtschaft ist, ob das das Rechtswesen ist, ob das das Sozialwesen ist. Aus Israel kommen immer wieder Spitzenleistungen, die andere Fachleute aus der gleichen Branche inspirieren. Und wo Leute gerne zum Studieren nach Israel kommen aus aller Welt. Da ist ein Segen über diese Nation. Da ist etwas, was nicht Durchschnitt und nicht Mainstream ist. Aber um das alles machen zu können, in das hineinwachsen zu können, um all das fruchtbar machen zu können, muss man natürlich dieses Volk in einem Land leben. Das kannst du nicht so in der gleichen Weise in der Diaspora. Da kann man auch was. Aber nicht kollektiv, nicht gemeinschaftlich, nicht mit dem Segen und der Kraft, die auf dem Miteinander von Juden im gleichen Land und in der gleichen Sprache der Fall ist. Das ist neu. Es gibt jetzt schon zwei oder drei Bücher, die so in Richtung vom Titel her gehen, Israel, die Start-up-Nation. Weil dieser Erfindergeist, diese Genialität, die ein Stück weit dazu durchkommt, oft aus Notsituationen heraus, die kommt in Israel in eine besondere Weise zu tragen, weil jetzt Israel wieder im eigenen Land ist. und nicht über alle Welt verstreut ist. Da hat es auch schon dauernd dort aufgeblitzt. Aber jetzt Israel, Start-up-Nation, einen Segen für alle Völker. Ja, also, nicht nur Religionsgemeinschaft, sondern auch Volk. Und wenn man so will, kann man sagen, es ist die Tora, die ersten fünf Fischermüsse, sowas wie das bürgerliche Gesetzbuch Israels. Also es geht darum, wie lebt ein Volk miteinander zusammen, mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und Beauftragungen und so weiter und so fort. Ja, da gibt es eben auch den liturgischen Teil gewissermaßen, aber es gibt auch den Gesetzesteil. Ich nenne das gerne und mit Absicht bürgerliches Gesetzbuch Israels. Und mittendrin die zehn Gebote und mittendrin auch ein Gebot, das heißt, du sollst lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und an einer anderen Stelle nochmal das Gebot, du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst. Was Jesus als die Zusammenfassung aller Propheten betitelt hat und geadelt hat. Also deswegen Land. Nun jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Sache, wie ist es denn mit den Grenzen Israels? Und das ist eine Ursache für Verwirrung, weil es nicht nur eine Definition der Grenzen gibt, sondern mehrere. Die allgemeinste, grundlegendste Definition ist vom Bach-Egyptens bis zum Euphrat. Also bei Bach-Egyptens gibt es auch unterschiedliche Interpretionen. Ist es Suess oder ist es Nil oder was? Da gibt es Fachdiskussionen, die mich jetzt nicht besonders interessieren, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist es an der Grenze zu Ägypten. Das Schilfenmeer ist eine weitere Interpretation. Da stellt sich die Frage, was ist das Schilfenmeer genau? Wieder unterschiedliche Meinungen. In die Diskussion steige ich nicht ein. Aber auf jeden Fall an der Grenze zu Ägypten. Einerseits und Euphrat ist eindeutig. Es gibt nur ein Euphrat und dieser Euphrat ist besuchbar und schwimmbar und definierbar. Also, auf jeden Fall, das ist die allgemeinste Verheißung. Und dann gibt es noch ein bisschen umstrittenere Definitionen. Selbst wenn man in die Bibel guckt, das ist eine Frage. Wenn man die ganzen Stämme nennt und was die Stämme für Grenzen zugewiesen bekommen haben, dann gibt es ja, das wisst ihr im Allgemeinen wahrscheinlich, dass es eben auch Stämme Land bekommen haben, östlich des Jordan. Ostjordanland, im Unterschied zum Westjordanland. Westjordanland ist das, was es im Großen und Ganzen als das genuine moderne Israel bezeichnet wird. Aber es gab ja auch östlich, im heutigen Jordanien, gab es bestimmte Bereiche, die zweieinhalb der Völker zugewiesen worden sind, die sie auch erobert und bewohnt haben. Und es ist eine der umstrittenen Fragen, zählen die mit dazu oder für welche Epoche zählen sie mit dazu und so weiter und so fort. Auch diese Detailfragen, das ist nicht meine Denke und nicht mein Können. Ob man um die jetzt, das weiß ich, Stichwort Groß-Israel kämpfen muss, das sei dahingestellt. Da gibt es verschiedene Meinungen und ich habe keine eigene. So gehe ich damit um, aber um zurückzukommen zu der großen Verheißung vom Wachägyptens bis zum Euphrat. Ich erwarte, dass spätestens nach der Rückkehr des Herrn im messianischen Königreich, dass die Grenzen sein werden, die Grenzen Israels. Was vor der Rückkehr noch verwirklichbar ist, das ist die eine Frage, die lasse ich teilweise offen. Aber spätestens nach der Rückkehr des Messias ist das Kernland Israels zwischen dem Wachägyptens und dem Euphrat. Und zwar in einer Friedenskonstellation. Und zu dieser Friedenskonstellation möchte ich eine Passage aus dem Prophet Jesaja vorlesen. Manchen ist es sehr vertraut, für viele ist es ein ganz tiefes Gebetsanliegen und Herzensanliegen. Andere werden das vielleicht jetzt zum ersten Mal so bewusst wahrnehmen, weil es gibt eine endzeitliche Verheißung im Buch Jesaja, Kapitel 19, wo es um eine von Gott gestiftete und der biblische Gott im Zentrum stehende Friedensgemeinschaft zwischen Ägypten und Israel und Assyrien, dem heutigen Irak, mehr oder weniger auf jeden Fall da, wo der Euphrat ist, gibt es eine Friedensgemeinschaft unter Gott. Und das ist phänomenal, die Verheißung ist phänomenal. Und letztendlich auch nur unter so einer Friedensordnung oder Friedensgemeinschaft kann man sich vorstellen, dass das Landesgrenze Israels bis zum Euphrat ausgebreitet wird. Und zwar im Konsens mit den Nachbarn, nicht im Krieg. Und da lese ich mal vor, Isaiah 19, Abvers 19. An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nah an seinen Grenzen. Also die reden jetzt vom Gott Israels, der da in Ägypten seinen Platz hat. Und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn, der Herrschern im Land Ägyptens. Denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücke und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Und der Herr wird sich in Ägypten, den Ägyptern zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speiseopfern dienen. Sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. So wird der Herr die Ägypter schlagen, wird sie schlagen, aber dann heilen. Und die Ägypter werden sich dem Herrn zuwenden und er wird sie von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen, Irak, Euphrat. Und der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen hin und her. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. Und an jenem Tag wird sich Israels Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Herrscher ansegnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk. Gesegnet bist du, Assyrien, das Werk meiner Hände. Und gesegnet bist du, Israel, mein Erbteil. Und mit dieser Perspektive von Augen kann man sich sehr gut vorstellen, dass unter messianischen Rahmenbedingungen die Wohnstätte Israels von Bauchägyptens bis zum Euphal geht, wie es verhiesen ist und von Anfang an gedacht war, sich aber wohl am Ende erst umfänglich erfüllen wird mit einer Ausnahme, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und das Ganze nicht als Ergebnis von Konflikt und Krieg und Gewalt, sondern als Ergebnis von einer Offenbarung Gottes zu den Ägyptern und zu den Assyrern, die heute im Irak leben. Das finde ich faszinierend. Und die Ausnahme, die ich gerade angedeutet habe, die war zur Zeit Salomos. Und da gab es am Ende der Königsherrschaft Davids und dann in der Hauptzeit der Herrschaft Salomos tatsächlich eine Passage, eine Zeit, einige Jahrzehnte, wo das Volk Israel in den verheißenen Grenzen gelebt hat, von Bach-Egypten, von der Grenze Ägyptens bis hin zum Strom Euphal. Ich würde euch gerne noch die Stelle nennen. Das ist 1. Könige 5.1. Also wer da ein bisschen auf Präzision bedacht, ist 1. Könige 5.1, als König Salomon, Land Israel, von Bach-Egyptens bis Euphal. Ja, ich komme langsam zum Abschluss. Ich will ein paar prinzipielle Erwägungen nochmal zusammenfassend und abschließend euch vor Augen führen. Am Anfang, wie schon gesagt, die Verheißung, der Bund, der die Verheißung einschließt, das jüdische Volk Israel bekommt ein bestimmtes Land, das Ideale, die idealen Grenzen sind von Bach-Egyptens bis zum Euphrat. Gott stiftet eine Verbindung zwischen dem Volk Israels, dem Land Israels, der Berufung Israels und dem Glauben Israels. Diese vier Dinge sind eine Einheit. Und wie das in der Zeit der Diaspora der Fall war, wenn diese Einheit zerrissen ist, leidet das jüdische Volk. Und zwar wahrscheinlich tiefer, als irgendjemand von uns nachvollziehen kann. Dann sind sie nicht ganz. Dann sind sie wie eine gespaltene Persönlichkeit, kollektiv gesprochen. Das Land, das Volk, der Glaube und die, was war das, die Religion sozusagen, die religiöse Seite, die sind eine Einheit und gehören zusammen. Das ist von Gott her so verordnet. Und Vertreibung aus dem Land war und ist bis heute ein Zeichen von Gericht. Ein Zeichen von Gericht an Israel, am jüdischen Volk. Und das ist biblisch auch in einer sehr dramatischen Weise, kann ich sagen, zum Ausdruck gebracht worden. Und zwar im Alten und interessanterweise auch im Neuen Testament. All das ist so hoch bedeutsam. Also in den ersten fünf Büchern Möse, die meisten von euch werden wissen, dass es diese Passagen über Segen und Gericht geht. Und Gericht in diesen Passagen heißt immer Fluch. Also der Kontrast ist Segen und Fluch. Und jetzt speziell hier zu Israel hingesprochen. Und im fünften Buch Möse gibt es mehrere Passagen, aber die Aussagekräftigste ist in Kapitel 28. Das beginnt, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehörst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird der Herr über dich als Höchstes über alle Völker setzen. Und all diese Segnungen werden über dich kommen. Und dann kommt eine ganze Aufzählung von Segnungen. Eine viel längere Aufzählung kommt danach. Ab Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehörst und so weiter und so fort. So werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und ab Vers 16 beginnt die Aufzählung der Flüche, der Gerichtsdrohungen Gottes über dem Volk Israel, wenn sie ihm nicht gehörten. Und es beginnt in Vers 16 und geht weiter bis zum Vers, das ist der letzte, 69. Also viel länger als die Segensverheißungen. Und das Tragige ist, dass der Geschichte des Volkes Israels entspricht. Wir haben jetzt 2000 Jahre Diaspora knapp hinter sich und vieles mehr davor und im Umfeld dieser Diaspora-Zeit. Und das finden wir hier, praktisch die letzte der Fluchankündigung ist die heftigste. Diese ganze Seer hat eine gewisse Steigerung. Das Schlimmste, was Gott ihnen antwortet, wenn sie seinem Wort nicht gehören und ihm nicht vertrauen, ist Folgendes. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerspreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir von deinen Vätern unbekannt waren. Göttern aus Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsäulen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Liebe Leute, das ist die Zusammenfassung der Geschichte der Juden im christlich-europäischen Abendland. Das ist eine sehr akkurate, sehr geschichtstreue Zusammenfassung, bis dem Juden im Großen und Ganzen, vor allen Dingen seit dem Mittelalter, seit dem 10.11. Jahrhundert, seit der Zeit der Kreuzzüge, hier im christlich-europäischen Abendland gegangen ist. Und genau so, der Holocaust war der Höhepunkt, der Schlusspunkt einer jahrtausendalten Geschichte von Verfolgung und Entrichtung und Verbrennungen und Todesstrafen, Vertreibungen, alles Mögliche. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Ja, und der Ausgangspunkt ist Vers 64. Der Heer wird dich unter alle Völker zerstreuen. Ist euch bewusst, dass Jesus diese Worte zitiert hat? Dass er genau diese Worte wiederholt hat? Und zwar vor der Diaspora über knapp 2000 Jahre. Gericht gegen Israel. Das finden wir im Evangelisten Luka. Und zwar im Vers 21, so wie Marc kann das aufschlagen. Der Evangelist Luka, Kapitel 21. Und da zitiert Jesus diese Phrase aus dem 5. Buch Mose 28, Vers 64. Als Gerichtsankündigung. Seine jüdischen Zuhörer natürlich, die kannten diese Passagen aus dem Alten Testament. Die lernen von Kindern an die Tora auswendig. Und die haben genau den Hinweis ganz genau verstanden. Und da heißt es, lesen wir ab Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert, sie dann erkennt, da es seiner Verwüstung nahe ist. Dann flieh auf die Berge, wer in Judah ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer dem auf dem Land ist, der gehe nicht hinein. Denn das sind die Tage der Hache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Jetzt überspringe ich und gehe zu Vers 24. Und da kommt dann dieses Zitat. Und sie werden fallen durch das Schärfesschwerde und gefangen weggefährt werden unter die Heiden. Gefallen unter der Schärfe des Schwertes, das hat es damals erfüllt, in den zwei jüdischen Aufständen gegen die Röber, die dann brutal niedergeschlagen worden sind. Man sagt, im Höhepunkt der Zufluchtszeit zu Jerusalem hin lebten über zwei Millionen Juden in Jerusalem, zwei bis zweieinhalb. Die Hälfte ist getötet worden, die Hälfte ist auf dem Sklavenmarkt im Römischen Reich verkauft worden. Das ist die Schärfe des Schwertes. Was hier sichtbar ist, und werden gefangen, weggeführt werden unter alle Heiden. Und das ist das Zitat von 5. Mose 28, von dem Hauptkapitel im Alten Testament über Segen oder Fluch. Zitiert Jesus hier einen Teil des 64. Verses auf 5. Mose 28, die weltweite Zerstreuung, die dann eingesetzt worden ist, beginnend mit der Zerstreuung über dem Sklavenmarkt des Römischen Reiches. Dann geht es aber weiter. Also weggeführt werden unter alle Heidenvölker und Jerusalem wird zerstreut werden von den Heiden. Und das ist passiert. Das ist die Geschichte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Die Heiden haben auf Jerusalem verachtet, gedemütigt, so weit in den Dreck gezogen, wie sie nur irgendwie konnten. Luther über selbst dieses Wort her mit vergewaltigt, haben Jerusalem vergewaltigt. Und dann geht es aber weiter. Wird zertreten werden von den Heiden bis, und dann kommt ein ganz spannendes Bis, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das heißt, bis die Zeit der Herrschaft von Heidenvölkern über Jerusalem vorbei sind. Und das passiert im 20. Jahrhundert, auf jeden Fall teilweise. Im Jahr 1948, Staatsgründung Israels. Die eine Hälfte Jerusalems kommt über jüdische Souveränität. Dann 1967 im Juni, Sechs-Tage-Krieg, die zweite Hälfte Jerusalems kommt über jüdische Souveränität mit einer Ausnahme. Die Ausnahme ist der Tempelberg. Der Tempelberg ist der Fleck Erde, der zum Zentrum, zum problematischsten Zentrum der endzeitlichen Konflikte wird in aller Welt. Also der Kampf um den Tempelberg, der Kampf um Jerusalem wird in unserer Generation, in unserer Zeit nie zu einem Ende kommen, sondern seinen Höhe und Zielpunkt bekommen in der Zeit, die vor uns liegt, kurz bevor Jesus als Messias wiederkommt. Und wer jetzt da noch weiterlesen will, bitte ich euch, schaut euch den Propheten Sahaja an, und zwar besonders die Kapitel 12 und 14. Dafür ist jetzt keine Zeit, meine Zeit geht zu Ende. Aber das ist der Kontext, in dem hinein auch die Landverheißung eine Rolle spielt. Dann das Gerichtsvorhersage über die Völker, die das jüdische Landesland Israel zerteilen wollen. Das ist eine Warnung an alle, die die zwei Völker, die die zwei Staatenlösungen bevorzugen. Und dann aber eben der Ausblick zweifach. Einmal Jerusalem bleibt und kämpft, bis Messias zurückkommt nach Jerusalem und seine Füße auf den Ölberg stellen wird, wie es eben in Sahaja 12 zum Beispiel heißt. Und dann das messianische Königreich beginnt. Und dieses messianische Königreich, wenn alle Verheißungen, die in diesem Zeitpunkt ihre endgültige Erfolge gefunden haben, Verheißungen über Jerusalem, über Israel und über die Völker in Bezug zu Israel, all die werden in Erfüllung kommen, wenn der Messias zurückkommt. Und als Sohn Davids und als König Davids seine Stadt, die Stadt Davids, zu seinem Thron macht. Und von da aus die Welt mit Frieden und Gerechtigkeit regieren wird. Mit dem Gedanken möchte ich schließen. Und danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Letzter Satz. Wir haben draußen ein Büchlein, die Landverheißung für Israel aus biblischer Sicht. Wenn es noch mehr interessiert, herzliche Einladung dazu. So, und ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit, Rückfragen zu stellen. Wenn irgendjemand gerne eine Frage stellen möchte, dann darf er das an dieser Stelle tun. Wir haben hinten ein Mikro, die wird zu euch gebracht. Bitte fragt nicht einfach nur so. Warten, bis das Mikro da ist, dann hört man euch. Hier ist eine Meldung. Das ist doch richtig, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viele Juden Land gekauft haben. Noch vor 1948 natürlich. Obwohl sie sich ja gar nicht vorstellen konnten, dass das dann 1948 passiert. Ist das so schon richtig? Das habe ich so in Erinnerung. Ja, und es kommt auch jetzt in meinem nächsten Vortrag besser vor. Weil da geht es um das Völkerrecht. Aber es stimmt, weil spätestens mit dem ersten Zionistenkongress, 97 in Basel, haben schon Teile der Juden Hoffnung gefasst, dass es doch mal wieder ein eigenes Land gibt. Nämlich auf dem historischen Land. Manchen dachten Uganda, aber dann die Mehrheitserste stand doch auf den damaligen Palästiner eingeschossen. Und da erzähle ich nachher ein bisschen was, weil da hatte unser Kaiser eine gewisse Rolle in der ganzen Geschichte. Aber es ist so mit den Pogromen im russischsprachigen Raum und mit der Hoffnung, die unter religiösen Juden aufgekommen ist, dass das Land ihnen doch mal wieder neu zugedacht werden wird, sind viele eingewandert mit dieser Hoffnung. Vor allen Dingen aus dem russischsprachigen Hintergrund damals. Obwohl sie sich ja gar nicht vorstellen konnten, das was in der Mose 18 oder so steht, dass das Land wieder zusammenkommt, haben sie das trotzdem so gekauft. Unter Training, glaube ich, hat man das ja gelesen und sich das gar nicht vorstellen konnte. Ja, es ist so. Aber viele haben es sich nicht vorstellen können, aber viele hatten eine Hoffnung mit Herzen. Hatikwa, Hoffnung. Und diese Hoffnung hat sie gezogen. Herr Katerin, wie viele messianische Juden gibt es denn in Israel? Ja, Gott sei Dank. Es gibt sie, nicht in großen Massen, aber die Schätzungen gehen von einigen 10.000 aus und einigen hundert Gehilahs, so Versammlungen, in denen sie sich treffen. Manche haben auch eine staatliche Größenordnung mit mehreren hundert Gemeindekliedern, würde man hier sagen. Ja, die gibt es, einige 10.000 gibt es und die Tendenz ist steigend. Ich bin einigen von den Leitern gut befreundet. Also mich würde eine andere Frage mal interessieren, wie bewerten Sie den Umgang mit den Botschaften? Also sagen wir mal, Deutschland sagt Tel Aviv zum Beispiel, ein anderer Staat sagt, hat man eine Botschaft in Jerusalem? Ja, es ist natürlich politisch eine hochbrisante Fragestellung, die dadurch nochmal mehr in die Aufmerksamkeit gekommen ist, ist, dass die USA die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umgezogen hat, wofür ich Sie herzlich beglückwünsche. Ja, ich finde das gut und richtig, weil die Botschaften waren ja alle in Jerusalem bis 1980, 81 und da gab es dann eine politische Krise und aus Protest gegen was auch immer damals gelaufen sind, die Botschaften dann nach Tel Aviv umgezogen. Und die christliche Botschaft wurde gegründet in der gleichen Zeit. Ja, ich glaube, die meisten von uns kennen das. Aber es geht ja nicht nur um die Frage, wo hat eine Botschaft ihren Sitz physisch gesprochen, sondern es geht um die Frage, ist Jerusalem die Hauptstadt Israels oder nicht? Und wenn man Jerusalem als Hauptstadt Israel anerkennst, da gibt es keinen rechtlichen oder politischen Grund, den Umzug der Botschaft zu verweigern. Aber solange man Jerusalem nicht als Hauptstadt Israel anerkennst, werden auf jeden Fall Gründe vorgeschoben und sind vorschiebbar, in Tel Aviv zu bleiben. Aber das ist für mich eines der großen Gebetsanliegen für Deutschland, dass Deutschland an den Punkt kommt, wo unsere Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umzieht. Noch ein langer, langer Weg, aber es geschehen immer wieder Wunder. Ich habe kürzlich von einem Theologen das Argument gehört, dass er das heutige Israel, den heutigen Staat Israel, nicht wirklich als Erfüllung der Verheißungen anerkennen kann, mit der Begründung, dass es ja ein völlig atheistischer Staat wäre. Das ist sein Problem, dass er jetzt den Zusammenhang mit der biblischen Landverheißung jetzt nicht erkennen kann, dass das eine Erfüllung wäre. Ja, das ist ja nicht der Einzige. Das Interessante ist auch, dass es viele, nicht viele, aber doch eine ziemlich staatliche Anzahl von religiösen Juden gibt, die genauso argumentieren. Im ultraorthodoxen Bereich, die behaupten, ein bisschen ähnlich, einen anderen Background, aber nur der Messias kann Israel wiederherstellen, Jerusalem wiederherstellen, die Grenzen wiederherstellen. Das ist die Aufgabe des Menschen, vor allem nicht Aufgabe von ungläubigen Menschen. Das ist also eine ganz ähnliche Denke. Und ich glaube, dass es solche Leute, die haben einen gewissen Ernst in dem, was sie denken, die zumindestens, die hier jetzt vor Augen stehen, gehe ich davon aus, die sind nicht billig oder polemisch. Es ist nämlich schon eine Frage, was liegt in der Hand Gottes, was liegt in der Hand des Menschen, was liegt noch dazu in der Hand eines sündigen Menschen oder von sündigen Menschen, von säkularen Menschen vielleicht sogar. Und von daher ist es keine billige Frage, die ich auch nicht so schnell abtun möchte. Tatsache ist, dass biblische Verheißungen eine sehr klare Sprache sprechen und die werden, egal in welcher Verfasstheit die Menschen sind, Zug um Zug kommen die in Erfüllung. Und das sind jetzt nicht nur religiöse Diskussionen, das sind historische Tatsachen, aber das, was Historiker über Jahrhunderte weg als völlig unmöglich geachtet haben, jetzt auf einmal seit 150 Jahren passiert. Und das ist ein Wunder vor unseren Augen. Teil dieses Wunders ist, dass Gott säkulare Menschen und unglaubliche Menschen dafür gebraucht. Aber das schreibe ich der Größe Gottes zu und stelle es nicht in Frage. Aber ich weiß, warum man diese Sache hinterfragt. Also ich kann mich da hineinversetzen, kann das nachvollziehen, aber ich habe nur das Wort Gottes als Antwort. Da ist es vorhergesagt und jetzt sehen wir es geschehen. Und wie der Herr das macht, ist seine Sache. Da will ich ihm wieder Fortschriften machen, noch hineinreden. Das Wort Gottes beschreibt die Dinge, dessen Zeugen wir sein dürfen, wunderbarerweise. Und ja, da ist Gott Arbeit über unsere normalen religiösen Kategorien hinausgehend, sowohl auf christlicher wie auf jüdischer Seite. Soweit vielleicht mal. Soweit an dieser Stelle. Wir werden nachher nochmal eine Fragerunde haben. Und der Rüdiger Schönfeld hat noch einige Informationen für uns. Ja, so viel habe ich jetzt gar nicht, außer dass wir jetzt gleich eine Pause machen. Das, was wir gehört haben, war sehr gehaltvoll. Ich selber habe Dinge gehört, die ich so unter dem Aspekt der Landverheißung auch noch nicht gesehen habe, obwohl ich mich da schon lange damit beschäftige. Ganz herzlichen Dank. Wir haben dann gleich Zeit bei Kaffee, Getränken und Kuchen, das ein bisschen zu verarbeiten und auch ins Gespräch miteinander zu kommen. Auch der Harald wird draußen sein. Dazu lade ich herzlich ein. Eine Sache habe ich noch. Der Harald ist von München zu uns hergekommen, von Christen an der Seite Israels. Und wir möchten ganz gerne ihm auch eine Kollekte mitgeben. Und die würden wir jetzt gerne einsammeln und uns dann nachher bei Kaffee und Kuchen laben und auf den zweiten Teil freuen.